Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Axe Wears. So, in dieser Episode mache ich wieder einen kleinen Guide, nämlich zu Irinius oder Irinien, wie es im Deutschen heißt. Diese Episode ist wieder ganz besonders in dem Sinne, dass ich diesen Boss schon einmal besiegt habe, um euch einen möglichst effektiven Guide bieten zu können, damit ihr das Ganze dann nachmachen könnt. Und vorab nochmal eine kleine Information für alle die, die jetzt neu eingeschaltet haben. Ihr seht hier rechts meine Spiele-ID, die seht ihr auch immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da reinklickt. Ihr dürft mich gerne anfragen für die Freundesliste. Ich nehme eure Anfragen gerne an. Schreibt mir dazu aber bitte in die Freundesliste bzw. in die Kommentare mit rein, wie ihr Ingame heißt, damit ich weiß, wer von all den Anfragen ihr seid. Und dann dürft ihr auch gerne meinen Helden benutzen. Des Weiteren noch eine weitere Info. Des Weiteren eine weitere Info, ne? Wisst ihr Bescheid? Wir haben eine Facebook-Gruppe in unserer grandiosen Community, die heißt Cara Axe Wears. In der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zur Facebook-Gruppe. Oder am Ende dieses Videos, ganz rechts am Rand eingeblendet, eine Beschreibung, wie ihr beitreten könnt. Klickt einfach unten in die Videobeschreibung. Klickt auf den Link für die Facebook-Gruppe Cara Axe Wears. Ich persönlich nehme eure Anfragen gerne an. Und dann könnt ihr euch auch gegenseitig in der Freundesliste aufnehmen und gegenseitig absprechen. Okay? Das als Info vorab. Und jetzt gehen wir auf den Boss ein. Dieser Boss Irenian ist sehr speziell in dem Sinne, dass er bei König Mowgli zu finden ist. Wo genau, werde ich euch gleich zeigen. Ich möchte ganz kurz die Theorie mit euch abhandeln. Und dann machen wir den Kampf gemeinsam. Dabei werde ich euch alles zeigen, denn ich habe mir extra ein bisschen Zeit gelassen bei dem Kampf. So, dass ihr diesen Boss auch wirklich versteht. Ja? Ich werde den Boss nicht One-Shotten, sondern ich werde ihn ganz langsam besiegen. Jede Threshold genau erklären. Jede Grenze genau erklären. Damit ihr auch genau versteht, wann der Boss was macht. Okay? So. Grundsätzlich ist das so, wenn ihr den Boss bei König Mowgli besiegt habt, so wie mit dem Weißdrache. Dann erscheint der Boss in der Kammer der Gefallenen. Wenn ihr dann hier runterscrollt, ganz nach unten. Kammer der Auferstandenen. Und dann ist er hier. So wie die Dämonenchimäre. Wie der Weißdrache. Und ich glaube, da gibt es noch irgendjemanden, den ich noch nicht besiegt habe. Die tauchen alle hier nach und nach auf. Ja? Rückkehr der Irenien taucht halt eben auch hier auf, wenn ihr den Kampf geschafft habt. Wenn ihr also das zweite Mal gegen Irenien kämpft, müsst ihr gewinnen. Kriegt 40 Lapis. Dürft maximal 4 Leute mitnehmen. Kriegt 20 Lapis. Müsst ein Espa rufen. Kriegt 20 Lapis. Und müsst innerhalb von 10 Runden gewinnen. Kriegt auch 20 Lapis. Das werde ich jetzt nicht tun. Ich werde euch meinen ersten Kampf gegen Irenien zeigen. Und dann dürft ihr natürlich die Strategie gerne weiterhin anwenden. Und, ähm, oder euer Team so gestalten, dass ihr den Gegner eben innerhalb von 4, äh, ähm, von 10 Runden besiegt. Ein Espa ruft. Beziehungsweise, ähm, das Ganze mit nur 4 Leuten schafft, okay? Meine Strategie könnt ihr auf jeden Fall problemlos dafür auch anwenden. Aber, ähm, ich zeige euch, wie ihr das schafft. Wie ihr das auf jeden Fall erst einmal zu 100% sicher schafft. So. Ähm, grundsätzlich solltet ihr wissen, der Boss ist ein Dämon. Das heißt, Dämon-Killer ist sehr effektiv. Also, nehmt für euren Main-Damage-Dealer, wenn er physisch ist, Diabolos mit. Ansonsten irgendetwas, was eben viel Schaden macht gegen Dämonen. Ähm, der Boss hat 2 Millionen Lebenspunkte. Das ist gar nicht so viel. Ja, das geht eigentlich relativ schnell. Aber ihr seht es hier. Er hat 400 Verteidigungen, was saumäßig viel ist. Und 150 Psyche, was auch noch ziemlich viel ist. Ähm, dazu solltet ihr wissen, dass ihr bei dem Gegner nichts brechen könnt, außer die Psyche. Das, ähm, die Tatsache, dass der Gegner nur 150 Psyche hat und ihr die Psyche auch noch brechen könnt, zeigt uns, dass der Gegner auf jeden Fall sehr anfällig ist für magische Angriffe. Okay? Äh, bringt hohe Psyche-Brecher mit. Wer sich in letzter Zeit dafür sehr anbietet, sind zum Beispiel der Krieger des Lichts, Dash, 9S, oder, wenn ihr ihn erweckt habt, Delita. Ja, das sind Charaktere, die sich sehr gut anbieten für diesen Kampf, ähm, um hier beispielsweise die Psyche zu brechen. Es gibt noch ein paar andere, aber ich wollte euch einfach mal diese Charaktere nennen. Okay? Ähm, dann, habt ihr die Psyche des Gegners gebrochen? Okay. So, äh, es ist aber keine Pflicht. Ihr macht doch so ganz ordentlichen Schaden. Psyche brechen macht es schneller, macht es einfacher. Ähm, als nächstes, wer ist euer Main-Damage-Dealer? Womit solltet ihr hauptsächlich Schaden machen? Am besten ein Magier, am besten Magier, die, äh, Feuer- und Blitzschaden zufügen. Und hier sind eure besten Freunde, Victoria, für Feuer-Damage, und Ash für Blitz-Damage. Und Ash für Blitz-Damage. Warum ausgerechnet die beiden? Sie beherrschen Blitz-K. Das ist der stärkste, beziehungsweise Feu-K. Das sind die stärksten, entsprechenden Elements-Zauber, äh, die auch noch hochstacken und dementsprechend immer mehr Schaden machen. Also Ash für Blitz-K und, ähm, Victoria für Feu-K. Ihr solltet, ähm, was das Ganze für euch auch einfacher macht, dazu in der Lage sein, die elementaren Resistenzen des Gegners zu reduzieren. Ja, das macht auch Sinn. Also, wenn ihr beispielsweise, wenn jetzt beispielsweise der Gegner um, äh, 100% anfällig ist für Blitz-Damage und ihr reduziert nochmal 50% Blitz-Damage, dann ist der Gegner 150% anfällig. Okay, also ihr könnt diese elementare Resistenz noch weiter reduzieren. Wer bietet sich dafür an? Ich habe ja vorhin gesagt, 9S, äh, bietet sich an, um den Gegner zu brechen, die Psyche zu brechen. Außerdem kann 9S die Blitz-Resistenz, äh, oder auch Feuer-Resistenz, beide um 50% reduzieren. Also ist 9S euer bester Freund, wenn ihr Victoria oder Ash benutzt. Oder, äh, ihr nehmt beispielsweise, ähm, ihr nehmt beispielsweise, ähm, Dash mit. Ja, Dash kann auch die Blitz-Resistenz um 50% reduzieren. Also macht Dash auch hier Sinn, ja, weil er eben Psyche brechen kann und Blitz-Resistenz reduzieren kann, wenn ihr beispielsweise Ash benutzt. Ähm, oder Ace ist dazu in der Lage, die Blitz- und die Feuer-Resistenz beide um 50% reduzieren. 75% zu reduzieren und dient außerdem als Mana-Batterie. Das bedeutet, ähm, ihr könnt Ace ja auch mitnehmen. Zusätzlich ist Ace mit Diabolos ausgerüstet. Ich zeige euch das mal ganz kurz mit Diabolos, ja. Ja, das bedeutet, ähm, wenn ihr mit Ace, wenn ihr mit Ace Joker aktiviert, macht er auch noch extrem großen Schaden, ja. Wie sich Ace hier in diesem Kampf verhält, werde ich euch gleich in dem Video zeigen, okay. Ihr seht dann eh gleich nochmal ein Gameplay-Video. So, so viel dazu. Ähm, des Weiteren solltet ihr darauf achten, dass ihr einen guten Tank habt, der am besten immun ist gegen viele Statusveränderungen. Und, ähm, was sich hier ganz besonders anbietet, ist ein Provoke-Tank und ein Cover-Tank. Also, ihr könnt zwei Tanks mitnehmen, so wie ich das gemacht habe. Als Provoke-Tank habe ich Wilhelm und als Cover-Tank habe ich Ramsa mit dabei. Warum ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich in dem Video. Aber, ähm, grundsätzlich bieten sich hier als Tanks an Wilhelm, Snow, als Provoke-Tanks. Ähm, zusätzlich zu den Provoke-Tanks würde ich euch raten, Cover-Tanks mitzunehmen, wie zum Beispiel Söldner Ramsa, ähm, oder ähm, äh, Cecil, da ist mir gerade der Name nicht eingefallen, Cecil bietet sich auch an. Ja, Cecil ist auch eine gute Variante. Ähm, weil er eben auch noch heilen kann. Des Weiteren bieten sich Tanks an, wie zum Beispiel der Krieger des Lichts. Charlotte bietet sich auch sehr gut an, wenn ihr sie erweckt habt. Auch wenn ihr sie nicht erweckt habt, ist sie ein guter Tank. Aber, weil sie ja jetzt erweckbar ist und auf sechs Sterne verbesserbar ist, bietet sie sich auch sehr gut an. Oder Veritas der Erde. Ähm, Veritas der Erde ist auch ein sehr guter Provoke Tank. Also das sind alles Tanks, die ihr mitnehmen könnt, die sehr, sehr gut sind. Wie gesagt, wenn ihr reine Provoke Tanks habt, wie, ähm, Snow und den, äh, und Wilhelm, dann solltet ihr ein Cover Tank mitnehmen. Unter Umständen. Warum, werdet ihr dann gleich im Video sehen. Und, ähm, wenn ihr aber, ähm, Cover Tanks mitnehmt, also Aoe Cover Tanks, Flächen Cover Tanks, wie zum Beispiel Krieger des Lichts, wie, ähm, wie Veritas der Erde oder wie Charlotte oder Charlotte, ähm, dann braucht ihr nicht unbedingt einen weiteren Cover Tank mitnehmen. Aber, ähm, ja, das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, die ihr nehmen könnt. Okay? Ähm, ihr solltet einen Heiler mitnehmen. Am besten ein Heiler, der immun ist gegen diese Statusveränderungen hier. Ähm, Der Gegner benutzt Gift. Also, der Gegner benutzt alle Statusveränderungen. Kann ich euch gleich mal zeigen hier, dass ihr es seht. Der Gegner benutzt Gift. Er benutzt Blind. Er benutzt Schlaf. Er benutzt Stumm. Er benutzt Paralyse. Er benutzt Verwirrung. Er benutzt, ähm, äh, äh, Und er benutzt Stein. Außerdem benutzt der Gegner, ähm, Verführen. Und der Gegner benutzt Stopp. Okay? Er hat bestimmte Bedingungen, wann er diese, äh, diese Statusveränderungen benutzt. Und ich werde euch erklären, wann er diese Statusveränderungen benutzt, wofür er, äh, also unter welchen Bedingungen er diese Statusveränderungen benutzt. Okay? Da gibt es nämlich bestimmte Bedingungen, wann er Verführen macht und wann er Stopp macht. So. Ähm, des Weiteren solltet ihr darauf achten, dass ihr, ähm, elementare Resistenzen dabei habt. Am besten alle elementaren Resistenzen. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel jemanden mitnehmen wie die Wolke der Dunkelheit. Ja? Wolke der Dunkelheit kann eure elementaren Resistenzen erhöhen und auch eure Statusveränderungen, Schutz vor Statusveränderungen bieten. Ähm, sowas wie Marie bietet sich an, falls ihr Marie habt. Oder zum Beispiel, ähm, ja, also alles, was eben, oder, oder Riku, ja, Riku bietet sich hier auch besonders an. Also alles, was weit gefächert eure Statusveränderungen beziehungsweise, ähm, vor elementaren Damage schützt. Okay? Äh, das ist also etwas, was helfen kann. Was auch helfen kann, um euch für Statusveränderungen zu schützen, ist zum Beispiel sowas wie Ilias. Ja, Ilias ist da auch sehr gut. Ähm, also, schützt euch vor möglichst vielen Statusveränderungen, ähm, und schützt euch vor möglichst vielen elementaren Resistenzen. Okay? Also, äh, elementaren Schaden. Also baut eure elementaren Resistenzen auf, so weit wie nur möglich. So, ähm, jetzt habt ihr ein paar Beispiele, wie ihr rangehen könnt. Also ihr wisst jetzt, dass ihr als, äh, dass ihr als Main-Damage-Dealer beispielsweise Victoria, also als Main-Damage am besten Magie-Damage benutzt. Ja? Und, ähm, dafür zum Beispiel Feuer- und Blitzschaden nimmt. Okay? Ähm, falls ihr, falls ihr Rem habt, ja? Rem könnt ihr gerne, ähm, als Damage-Dealer benutzen. Rüstet sie aber auch mit Diabolos aus. Also, ähm, Rem könnt ihr beispielsweise so benutzen, wie ich mein Ace, mit, ähm, mit Diabolos, denn, ähm, ihr Dolch-Boomerang funktioniert auch mit Dämon-Killer. Okay? Also Exorzist im Deutschen. Und, ähm, ansonsten könnt ihr auch jeden beliebigen anderen elementaren Damage benutzen. Ja? Falls ihr keinen starken elementaren Magier habt, macht eben Element-neutralen Zauber. Äh, wie ich beispielsweise mit Ace und Joker. Okay? So, so viel dazu. Ihr wisst, welche Tanks ihr benutzen könnt. Tanks habt ihr freie Wahl. Ähm, wenn ihr reine Provoke-Tanks benutzt, die bieten sich hier in diesem Kampf an. Warum, werde ich euch zeigen. Äh, dann wären Snow und Wilhelm eure Varianten. Dazu am besten noch ein Cover-Tank, äh, wie zum Beispiel Cecil oder Ramsa. Ansonsten könnt ihr auch gerne Aoe-Cover-Tanks benutzen, wie eben, ähm, wie eben Krieger des Lichts, Will- äh, äh, ähm, Krieger des Lichts, äh, Charlotte oder Veritas der Erde. Genau, richtig. Ich wollte nicht Wilhelm sagen, sondern Veritas der Erde. Ja, die könnt ihr alle benutzen. Stellt euer Team entsprechend zusammen. Heiler sind auch sehr wichtig. Heiler sind hier in der, äh, an der Stelle egal, welche Heiler ihr nehmt. Achtet nur darauf, dass die möglichst viel Resistenz haben gegen Statusveränderungen, ja, äh, äh, beispielsweise Refia mit Doppelmagie würde sich hier anbieten, aber auch Heiler wie Tillith, Ishtola, alles mögliche, mögliche Varianten. Luca, wenn sie erweckt ist, ist ja auch ausnahmslos gut, ja, achtet darauf, dass Luca Schutz hat vor Statusveränderungen. So, ähm, stellt euer Team entsprechend zusammen. Ihr werdet gleich mein Team hier, das ist dieses Team in Action sehen und dann werdet ihr auch verstehen, warum ich diese Charaktere hier vorgeschlagen habe, okay? Äh, ihr wisst jetzt also, der Gegner benutzt sämtliche Statusveränderungen. Achtet darauf, dass der Gegner, ähm, ich zeige euch jetzt unter welchen Bedingungen wann der Gegner was benutzt, okay? Also, der Gegner ist in der ersten Runde sofort dran und wird erstmal auf die, auf den, äh, auf die Einheit von euch, die die meisten Magiepunkte hat, sofort Stopp machen. Stopp hält zwei Runden, okay? Ähm, darum bietet sich eben ein Provoke Tank an, weil das wird sich später noch öfter machen und wenn ihr eben provoziert, zu 100% provoziert, dann zieht ihr eben sowas wie Stopp oder wie zum Beispiel Verführung auf euren Tank, ja? Ansonsten wird eben die Einheit am Anfang getroffen, die, ähm, die die meisten MP hat und denkt daran, der Gegner ist zuerst dran. So, wenn ihr den Gegner auf 70% gebracht habt, benutzt er Lead der Toten und, ähm, Nebel der Überzeugung. So, Lead der Toten bedeutet, ähm, Gegner macht großen magischen Schaden auf euer komplettes Team und macht Full Break auf euer komplettes Team für drei Runden. Das heißt, 30% werden alle eure Werte gebrochen. So, das macht der Gegner immer bei 70%, bei 50% und bei 30%, okay? Außerdem kann der Gegner, ähm, Nebel der Überzeugung, Nebel der Überzeugung bedeutet, wo haben wir es denn? Das ist das hier, er verführt einen eurer Verbündeten für zwei Runden. Ähm, auf wen er das macht, ist, glaube ich, random, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das ist random, aber wie gesagt, wenn ihr das Ganze provoziert, achtet darauf, wann der Gegner das macht, er macht es bei 70%, er macht es bei 40% und er macht es bei 20%, okay? Äh, ihr wisst dann dementsprechend immer, wann der Gegner das macht und, ähm, achtet darauf, dass ihr Feuer am besten provoziert, damit euer Tank erwischt wird. Ihr könnt Stopp und Verführung wegmachen, indem ihr beispielsweise Fieberwahn benutzt, ja? Oder ihr macht Bann weg oder ihr benutzt zum Beispiel Bushido Freiheit. Fieberwahn könnt ihr beispielsweise, wenn ihr Odin ausgerüstet habt und die geht auf Spezial, dann habt ihr hier Fieberwahn, ja? Das macht ihr einfach auf euren eigenen Charakter und, äh, dann ist gut, ja? Dann ist das auch wieder weg. So, ansonsten hält es auch nur zwei Runden an. Und das war auch schon der ganze Trick, ja? Der Gegner greift ansonsten, äh, ansonsten macht der Gegner alle drei Runden tiefer Tsunami. Tiefer Tsunami ist Wasser- und Lichtschaden auf alle Gegner, also auf alle Verbündeten, also unsere Leute, ja? Äh, deswegen solltet ihr euch von vielen Statusveränderungen schützen und, ähm, er benutzt regelmäßig beziehungsweise, ähm, einmal pro Runde, maximal pro Runde benutzt er, ähm, Wall of Resentment, ich hab jetzt vergessen, wie das im Deutschen heißt, das macht blind und stumm auf alle Verbündeten und macht auf einen, also es macht nur auf einen Verbündeten macht er das, äh, er macht dann blind und stumm und außerdem macht er Reflekt auf diesen Verbündeten. Achtet also darauf, dass ihr euch nicht mit Vita Ja heilt, sonst heilt ihr nämlich den Gegner, okay? Heilt euch am besten dann da mit Fertigkeiten. Darum ist es gut, wenn ihr zum Beispiel, ähm, ich zeig's mal ganz kurz hier, wenn ihr zum Beispiel mit Pot 153 ausgerüstet seid, ja, das macht Sinn, Pot 153, um euch regelmäßig zu heilen oder eben, ähm, wenn ihr eine Ash mit dabei habt, um euch, äh, mit Fertigkeiten zu heilen, wie zum Beispiel Himmelszorn oder eben Luca, ja, die kann auch mit Fertigkeiten heilen oder Tillis oder so, ne, mit Fertigkeiten heilen, ist sie grundsätzlich, bietet sich einfach am besten an. Ähm, so, also das macht er auch ab und zu, also grundsätzlich kann der sieben Aktionen pro Runde, ja, äh, der wird also, einmal pro Runde macht der Wall of Resentment, was wir gerade besprochen haben, äh, dass er Reflekt auf euch macht, ähm, einmal pro Runde greift er die Einheit an, die, äh, die niedrigsten HP hat, mit, ähm, Clown der Bestie, das macht großen Schaden, äh, ansonsten macht er nur normale Attacken, und einmal pro Runde wird er, äh, eine Statusveränderung von euch benutzen, und zwar immer in dieser Reihenfolge. In der ersten Runde macht er Gift, in der zweiten Runde macht er Virus, in der dritten Runde macht er Schlaf, dann macht er Blind, dann Paralyse, dann, äh, dann Stumm, dann Verwirrung, dann Versteinerung. Und dann geht's gerade wieder von vorne los, okay? Immer der Reihe nach. Immer in dieser Reihenfolge macht er die Statusveränderung, darauf könnt ihr euch also fest einstellen, und es betrifft immer alle eure Verbündeten in der Party, ja? Deswegen solltet ihr möglichst viele Leute vor Statusveränderungen schützen, beispielsweise in meinem Team sind, ähm, Ramsa und Wilhelm vor all diesen Statusveränderungen geschützt, äh, Riku ist beispielsweise vor den meisten Statusveränderungen geschützt, aber nicht vor allen, und die anderen beiden sind anfällig für die meisten Statusveränderungen, meine beiden Damage-Dealer, aber ist halb so wild, ich kann sie ja heilen. Äh, jetzt werde ich in den Vollbildmodus gehen, euch meine komplette Ausrüstung zeigen, und dann zeige ich euch den Kampf gegen den Boss, okay, Freunde? Also. So, mein Team sieht so aus, ja? Ähm, wir gehen auf Einheiten, dann zeige ich es euch ganz kurz, ich habe mein Team nicht sonderlich vorbereitet, es ist im ganz normalen Standardmodus, so wie ich auch meine Story spiele, ähm, deswegen zeige ich euch zuerst einmal Ash, so sind ihre Resistenzen, dasselbe gilt für Ace, dann haben wir hier Riku, dann haben wir Ramsa, dann haben wir, ähm, Wilhelm. Falls euch das Ganze zu schnell geht, pausiert das Ganze einfach, ja? Äh, und dann könnt ihr euch in Ruhe alles durchlesen. Ich gehe auf Ausrüstung, hier seht ihr die Ausrüstung von, ähm, von Ash, dann seht ihr die Ausrüstung von Ace, dann seht ihr die Ausrüstung von Riku, ähm, Söldner Ramsa und hier haben wir Wilhelm. So, äh, dann zeige ich euch noch die Fertigkeiten, das sind die Fertigkeiten für Ash, das Ganze ist kein Hexenwerk, dann seht ihr die Ausrüstung für Ace, der ist schon top tier ausgerüstet, aber, ähm, Ace stelle ich euch ja auch zur Verfügung als Verbündeten, den ihr gerne einsetzen könnt, um Damage zu machen, falls euch ein Damage-Dealer fehlt. Hier haben wir Riku, nichts großartig Besonderes mit dabei, äh, dann haben wir hier Ramsa, ich hab sogar einen Slot freigelassen, also er ist noch nicht mal top tier ausgerüstet, ja, Ramsa ist übrigens hier mein Heiler im Team, dass ihr das wisst, ja, Ramsa ist mein Cover-Tank und Heiler gleichermaßen. Er wird eben Rikos Beutel benutzen, er wird Pot 153 benutzen und außerdem, ähm, wird er unter Umständen sowas machen wie Wiederbeleben oder so, ne, äh, und eben, ja, was er halt sonst noch so drauf hat, ne, das sind so ein paar Kleinigkeiten, also er ist mein Heiler hier, hauptsächlich, äh, der Status, der ist ja vor allen Statusveränderungen geschützt, ne, seht ihr hier und ist eben zum Heilen da. So, dann haben wir unseren Provoke-Tank, nämlich Wilhelm, den hab ich letztens erst ganz frisch bekommen, bin ich ganz stolz drauf, ähm, hätte ich Wilhelm nicht, hätte ich Snow mitgenommen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst oder wahrscheinlich sogar eher den Krieger des Lichts, äh, der kann ja auch provoken, da ihr ja wisst, wann der Gegner welche Aktion benutzt, könnt ihr auch auf Kommando provoken, ja, ähm, Wilhelm, also Krieger des Lichts, Provoke ist ja bloß eine Runde, aber, ähm, ihr wisst ja, wann, ab welcher Lebenspunktegrenze der Gegner was benutzt und dann könnt ihr es entsprechend immer umsetzen, okay? So, äh, das sind seine Fertigkeiten, die er hat. Okay, ähm, meine, äh, meine Strategie werde ich euch jetzt im Laufe des, des, äh, des Kampfes erklären, deswegen würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit mehr und springen direkt rein in den Kampf. Also Freunde, bis gleich. So Freunde, wir befinden uns jetzt hier im Nachvertoten-Bereich, verlieren keine Zeit und gehen sofort zu König Mogri, denn ich hab euch ja gesagt, ich zeige euch, wie man zu dem Boss hinkommt und ich denke, der einfachste Weg ist es, sich direkt vom Hauptmenü aus zu König Mogri zu teleportieren und ihr seht schon, wenn man, ähm, durch den Boden durchschaut, da, ähm, sieht man einen kleinen Durchgang unter König Mogri und da kommen wir jetzt nämlich hin. Seine Majestät hat euch den Durchgang gestattet, Kupo. Ich wüsste selber gerne, was dahinter ist, Kupo. Ganz genau, wir können jetzt nämlich hier reinlaufen, ihr seht es dann, wir befinden uns unter König Mogri in einem kleinen Gang, gehen durch die Tür und werden dann wegteleportiert, ähm, in einen Raum, in eine Waffenkammer, wo zwölf legendäre Waffen zu finden sind, ähm, dieser Kampf, den wir jetzt hier machen, der wird relativ leicht, aber die nächsten Kämpfe, die hier in den einzelnen entsprechenden Räumen zu finden sind, für eine der weiteren legendären Waffen, ähm, sind dann mit zehn Gruppenmitgliedern zu machen. Ja, ihr habt richtig gehört, mit zehn Gruppenmitgliedern, ähm, wenn es soweit ist, werde ich genaueres dazu erklären, wir gehen aber jetzt erst einmal hier rein und machen uns ein bisschen warm, ähm, bei dem Boss hier. Du spürst eine starke Präsenz, bleibst du hier? Na klar bleiben wir hier. Ein Monster ist aufgetaucht! So, es ist Erinien, wie angekündigt, fängt der Feind immer zuerst an und, ähm, stoppt ein eurer Charaktere. In dem Fall hat er Wilhelm gestoppt, weil Wilhelm, äh, provozieren hat, 50 Prozent. Ansonsten würde der Charakter gestoppt werden mit dem höchsten Mana-Wert. Das wäre hier Ramsa gewesen. Wir haben das Glück, dass es nicht Ramsa ist, deswegen können wir mit Ramsa auch gleich Aktionen machen. Ich hab erst überlegt, ob wir Eccentric machen sollen. Äh, letztendlich hab ich mich dafür entschieden, unsere physische Resistenz zu erhöhen, erhöhen um 40 Prozent, äh, für den Anfang, weil ich ja, ich will möglichst durchhalten. Ich will die Gegner nicht sofort killen, sondern ich möchte, ähm, dass ihr ein bisschen was von dem Gegner seht. Mit Befreiungsblitz brechen wir seine Psyche, mit, ähm, Triple Jackpot greifen wir schon einmal magisch an und außerdem reduzieren wir seine Blitzresistenz, damit wir dann später ein bisschen mehr Schaden machen mit Ash's Blitz K. Ich hab mir nämlich gedacht, ich zeig euch am Anfang einfach mal die Blitz K-Strategie, okay? Ähm, Rico benutzt, äh, in allererster Linie Synthese, denn wir wissen ja, alle drei Runden macht der Gegner tiefen Tsunami und das macht großen elementaren Schaden auf unser Ziel, äh, auf unsere Charaktere. Deswegen sollten wir unsere elementaren Resistenzen vorbereiten. Gegner macht am Anfang immer Blitz, äh, Vergiftung meine ich natürlich und greift danach physisch an. Ihr seht es, ähm, Willem kriegt die meisten Treffer ab, weil er eben auch, ähm, den höchsten Provoke-Wert hat, also 50 Prozent provozieren. So, als nächstes sorgen wir dafür, ähm, dass wir uns vor Gift heilen, also, ich könnte mit Rico L-Bad Potion aktivieren, um uns vor Gift zu heilen, aber ich hab gedacht, ich mach zuerst einmal Reparatur, ne, also, äh, mit Ramse Reparatur, weil er ja mein Heiler ist, dann fang ich schon mal an, Blitz K hoch zu stacken und mit Joker anzugreifen und, äh, Rico macht zuerst einmal Hyper Null ein. So, der Grund, warum ich Reparieren gemacht habe, ist, weil Reparieren blitzt ja gleich Gegenheit, ihr seht es, 40.000 Schaden macht, äh, Ash mit Blitz K auf 1 und, ähm, Ace macht zweimal 62.000 Schaden oder 60.000 Schaden ungefähr, das ist schon ganz ordentlich, wenn man bedenkt, dass der Gegner zwar gebrochene Psyche hat um 40 Prozent, aber Aces Magieangriffskraft ist nicht erhöht. So, der Gegner macht Virus auf uns alle und macht großer Tsunami, ist ja die dritte Runde, ähm, weil wir aber Wasserresistenz hatten, dank Riku war das halb so wild, also Wasser- und Lichtresistenz war das halb so wild und die physischen Angriffe wehren eben Wilhelm und Ramse ab. Wilhelm kann endlich agieren und macht uneinnehmbar, reduziert seinen Schaden um 30 Prozent, den er bekommt und hat 100 Prozent provozieren aktiv. Wir sorgen dafür, dass die physische Resistenz auch weiterhin aktiv bleibt äh, mit Ramse. Außerdem machen wir, wir könnten jetzt Himmelszorn machen und die Blitz K-Strategie sein lassen oder wir verlassen uns darauf, dass wir uns gut heilen und machen einfach weiter Blitz K, ja, ähm, ich denke, ich hab mich hier für Blitz K entschieden, wir haben viele Optionen mit Ash momentan, aber ich wollte euch zeigen, wie viel Schaden Blitz K macht, wenn man es hochstackt und weil wir Hyper Null als schon aktiv haben, machen wir Albert Trank, denn Albert Trank heilt ja auch Gift. so, dann machen wir Blitz K und Joker und ihr wisst ja, Ace macht zweimal und 60.000 Schaden, das heißt, ihr könnt euch im Ace verlassen und Blitz K ist momentan auch schon an diesen Schaden rangekommen. Alle beruhigen bedeutet, alle Charaktere schlafen ein, zumindest alle, die anfällig sind für Schlaf, also außer Ace, Söldner Ramsar und Wilhelm sind, äh, Ash und Riku anfällig dafür. Wir wissen ja auch, die erste Grenze ist bei 70% Lebenspunkte erreicht. Denkt daran, wenn ihr den Gegner unter, ähm, oder wenn ihr den Gegner Lebenspunkte abzieht, dass ihr, äh, nicht unter Einfluss von schlechten Statusveränderungen seid, sondern, ähm, achtet darauf, wie viel Schaden ihr macht. 70% ist der erste Wert, dann wird der Gegner uns um 30% brechen und wird einen unserer Charaktere verwirren, beziehungsweise verführen, meine ich, Entschuldigung, verführen. So, wir haben volle Lebenspunkte, wir machen weiter Blitz K. Außerdem machen wir Joker und ihr seht, ist der Schaden schon ordentlich, 102 Schaden von Blitz K. Wilhelm macht Schildkröte, weil ich weiß, dass wir unter 70% Lebenspunkte gekommen sind, das bedeutet, der Gegner bricht uns ja gleich und deswegen mache ich Schildkröte, um den Schaden, den wir kriegen, äh, um 30% zu reduzieren, hätte ich Wilhelms Limit erhöht auf, auf Maximum wären das sogar 54% reduziert. Ich wollte aber hier einfach auf Nummer sicher gehen. Lied der Toten war das, ne, das, äh, das reduziert alle unsere Werte um 30%, also bricht uns komplett um 30% und wir kriegen hohen Schaden, wie ihr gesehen habt, aber wir kommen damit klar. Denkt dran, Runde 6 macht der Gegner wieder tiefer Tsunami, darauf sollten wir vorbereitet sein, denn alle drei Runden macht der tiefer Tsunami oder großer Tsunami. So, wir sorgen dafür, dass unsere Heilung immer aktiv ist, denn ich habe meinem Söldner Ramser immer noch nicht Vita Yare gegeben, ja, ich habe das noch nicht gekauft, äh, dementsprechend muss ich darauf achten, dass Reparieren immer aktiv ist. Wir machen weiterhin Blitz K, denn wir können uns auf unsere Heilung verlassen und außerdem machen wir Triple Jackpot, um weiterhin die elementaren Resistenzen für Gegner zu reduzieren und wir machen Hyper Null All, damit wir, ähm, auf den großen Tsunami vorbereitet sind. So, Gegner betäubt alle, das bedeutet, die werden, glaube ich, ähm, ja, gelähmt, richtig. Und er hat wie angekündigt, weil wir ihn, ähm, unter 70% gebracht haben, Wilhelm verführt. So, wir haben jetzt verschiedene Optionen, die wir machen können. Äh, ich zeige euch hier, wie man Wilhelm von Verführung befreit. Wir wählen Fieberwahn aus, nicht Klingenblitz, Fieberwahn und aktivieren das dann auf Wilhelm, ja. In dem ihr auch einfach auf Wilhelm gedrückt haltet, wählt ihn aus, mit Ziel bestimmen und dann macht ihr Fieberwahn auf Wilhelm, dann ist er auch wieder frei, ähm, von, ähm, von Verführung und dann machen wir einfach Panacea auf alle oder Panacea auf alle und damit sind unsere Charaktere wieder frei. Ja, mit Ace können wir hier, ähm, ich hab mich jetzt hier dazu entschieden, nicht mehr mit der Blitz-K-Strategie weiterzumachen, sondern mich auf Aces Damage hauptsächlich zu verlassen. Deswegen werden wir einfach mit Ace Joker machen, beziehungsweise ein Limit, wann immer möglich und, äh, Ash benutzen wir einfach jetzt, um Himmelszorn zu machen, um damit weiterhin zu heilen. Denkt dran, jede vierte Runde benutzt der Gegner, ähm, benutzt der Gegner eine Fähigkeit, wenn wir, ich glaub, wenn wir unter 50% gebracht haben, benutzt er eine Fähigkeit, äh, die eben einen unserer Charaktere Reflekt gibt, darauf sollte die achten. Aber die nächste Grenze, die ansteht, ist erstmal die 50%-Grenze. Die 50%-Grenze ist ziemlich hart, ja. Deswegen sorgen wir dafür, dass wir nicht unter Einfluss von schlimmen Statusveränderungen sind. Stumm ist mir egal, stumm ist, äh, kann man vernachlässigen. Himmelszorn machen wir, um uns hoch zu heilen, Triple Jackpot mache ich, um ein bisschen zu chainen. Ich wollte den Schaden ein bisschen testen, aber am besten ist es eigentlich, mit Ace, mit Joker anzugreifen. Da holt ihr am meisten raus, weil es magischer Schaden ist und trotzdem eben mit Diablos, ähm, ähm, Exorzist skaliert. So, wir sorgen auch immer dafür, dass Reparatur aktiv ist. Lieber einmal mehr als aktiviert, als einmal zu wenig. Mehr hat Ramsa momentan sowieso nicht zu tun. Und, ähm, ich mache dann außerdem, mit Wilhelm, Befehl des Generals, um unsere Verteidigungswerte zu erhöhen. Hyper 0 all mit Riku, um eben Schaden zu reduzieren und elementaren Resistenzen oben zu lassen. Gegner verwirrt uns alle. Verwirrung ist immer ganz übel für mich, weil ich drei Charaktere habe, die anfällig sind für Verwirrung. Ja, also Ash, Ace und Riku. Deswegen, ähm, kann ich erst einmal die nächste Runde nicht angreifen. Nö, das war Bestienkralle eben. So, ich habe mir gedacht, ähm, ich mache am besten keinen Schaden jetzt beim Gegner, weil ich will ihn nicht unter 50% bringen. Ihr seht es ja gerade, äh, drei Gegner, drei meiner Charaktere sind verwirrt. Ich heile sie vor Verwirrung, indem ich entweder Doppelmagie benutze und Izuna Gar mache. Ja, das heilt vor Verwirrung und dann zum Beispiel mit Vitra heile oder, äh, Panacea. Ja, beides würde was bringen. In dem Fall mache ich einfach Vitra und Izuna Gar. Äh, ich hätte auch Vitaya aktivieren können oder irgendwas anderes. Naja, ich habe meine Optionen waren jetzt hier begrenzt. Ja, ich habe auch kein Vitaya für, für Ramsar. So, Wilhelm verteidigt am besten, denn ich will mir seinen Limit Break aufheben für, ähm, das nächste Mal. Zum Beispiel, jetzt versteidert uns der Gegner. Ja, jetzt ist er quasi einmal die komplette Rotation durch. Äh, Gegner macht aus ein großer Tsunami. Wir haben ja noch, ähm, Rikus Aktion aktiv. Rikus Hyper 0 All und zwei Gegner, zwei unserer Charaktere sind versteidert. Die kriegen sowieso keinen Schaden davon. Deswegen hat uns Stein sogar eher geholfen hier in dem Fall. So, jetzt, ähm, machen wir Schildkröte für uns. Außerdem werden wir, ähm, Panacea aktivieren. Das bedeutet, wir heilen unsere Charaktere vor Stein. Das hätte auch Riku machen können, ja. Riku hätte auch vor Stein heilen können mit L-Bad Trunk. Aber ich hab mir gedacht, ich mach lieber Schildkröte und Hyper Gravitation, um auf Nummer sicher zu spielen, weil ich nicht genau weiß, äh, was uns hier erwartet mit dem Limit. Also, wenn der Gegner unter 50% ist. Äh, und ich dachte mir, komm, wir hauen ihm mal einen Jackpot Shot um die Ohren. Feuer, Befreiungsblitz, um seine Psyche zu brechen. Danach Jackpot Shot, um ordentlich Damage zu machen. 200.000 habt ihr ja gerade gesehen. Äh, Aces Magieeinkriffskraft ist noch nicht mal erhöht worden. Wir haben lediglich die Psyche gebrochen und trotzdem hat Ace 200.000 Schaden gemacht. Das ist schon ganz ordentlich. Und wenn man bedenkt, dass ich Ace noch nicht mal richtig ausgerüstet habe für diesen Kampf, ja. Also, äh, ich hätte ihm auch zum Beispiel, ähm, extra eine Route anlegen können, eine Blitzroute anlegen können oder eine Feuerroute, dass er nochmal extra, ähm, elementaren Damage macht. Das mache ich dann vielleicht noch für euch nachträglich. Mal schauen. Also, wenn ihr gerne gegen Irenien kämpfen möchtet und ihr möchtet, dass ich Ace speziell ausrüste, schreibt es ruhig in die Kommentare mit rein. Aber das ist mein Standard-Setup für Ace und, äh, mein Standard-Setup für Ace reicht auch hier problemlos aus, ne? So, ähm, ihr seht es, wir machen weiter den Himmelszorn. Ace hat eben Mental-Deck aktiviert, um das Mana von Wilhelm wieder aufzuladen, ja? Dass wir uns damit darüber keine Sorgen machen müssen und der Gegner hat er wieder angefangen mit seiner normalen, ähm, mit seiner normalen schlechten Statusveränderung, Rotation. Das bedeutet, er fängt wieder an mit Gift, mit Virus, mit Schlaf, mit Blind, Paralyse, ähm, Stille, Verwirrung und Versteinerung, ne? Das zieht der Gegner immer durch. Jede Runde macht er das. So, wir machen uneinnehmbar mit Wilhelm, so dass, äh, das Wilhelm weiterhin, ähm, hauptsächlich provoziert. Dann lassen wir Riku am besten Fieberwahn machen. Oder hab ich Fieberwahn? Ja, genau, auf den Gegner, um die Gegner seinen Buff wegzumachen. Der Gegner bufft sich nämlich, ähm, ich weiß gar nicht so genau, wann er das macht, der kann das mancher machen, ja, der bufft sich manchmal, äh, Sekunde mal ganz kurz, ich kann euch das gleich sagen, ähm, Evil Spirits, Spirits all rot, also jede vierte Runde, wenn er unter 50% Lebenspunkte ist, ja, dann macht er das, ähm, dass er seine, dass er seine eigenen Statuswerte alle um 20% erhöht und das macht er dann einfach jede vierte Runde, ja, sobald er einmal, ähm, unter 50% Lebenspunkte ist. So, bedenkt, dass immer wenn der Gegner, ähm, bei 70% ist, bei 40% und bei 20%, dass er dann ein eurer Charaktere verführt, ja, das heißt, wir haben den Gegner jetzt unter 40% gebracht, also wird er, ähm, ein unserer Charaktere verführen, ne, mit Nebel der Überzeugung, da ist es gerade und ich hab ja mit Wilhelm, ähm, provozieren Feuer aktiviert, das bedeutet, er macht, ähm, der Gegner, Irinien, macht Nebel der Verführung auf Wilhelm. So, weil ich mit Riku kein Hyper-Nullall aktiv hatte, hat gerade die Aktion von Irinien großen Schaden zugefügt auf unser Team, wir haben alle das ganz gut überstanden, ich hatte jetzt mehrere Optionen, zum Beispiel, Engel auf Ash zu machen und, äh, oder eben zuerst Riku für Statusveränderung zu heilen und danach Mega-Phoenix zu machen, zum Beispiel, ja, und damit Ash auf volle Lebenspunkte zu bringen, äh, ich hab mich dafür entschieden, ähm, Ash einfach mit Engel zu heilen, so, und dann Isuna Gar zu machen, damit Ash wieder lebt und Riku befreit ist. Im Nachhinein hab ich mir gedacht, ja, ich hätte auch einfach, äh, Isuna Gar machen können oder so, um Riku zu befreien und Vitra oder sowas in der Richtung und danach, äh, Mega-Phoenix, um, äh, um Ash wieder zu beleben. Ja, da hätte sie volle Lebenspunkte gehabt, beides möglich, so hab ich halt Synthese mit Riku aktiviert, ähm, Reparieren ist ja noch aktiv und wir machen MP-Heilung mit Ace, weil wir ja sonst nichts Besseres zu tun haben. Ich wollte ihn auch nicht unter 30% Lebenspunkte bringen, ja, das war mir zu riskant, deswegen hab ich kein Limit aktiviert, weil dann ist nämlich schon die nächste Grenze erreicht. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. So, also, Wilhelm ist immer noch verführt, das ist mir in dem Fall egal, ich hätte ihn befreien können, aber ich wollte es nicht unbedingt tun, wir sorgen einfach dafür, dass Reparieren aktiv bleibt. Riku macht Hyper-Nullall anstatt Wilhelm zu befreien, ähm, der hat ja sowieso noch Provozieren aktiv, deswegen ist es egal, mehr als Provozieren soll er ja eh nicht machen. Wir machen Himmelszorn, um uns hochzuhalten und Damage zu machen, gleichzeitig hauen wir ihm, äh, Jackpot-Shot um die Ohren, denn ich will den Gegner unter 30% bringen, weil unter 30% macht der Gegner nämlich wieder Lead der Toten, das bedeutet, er bricht unsere Werte um 30%. Allerdings hatte ich nicht gemerkt, dass der Gegner sich gebufft hat, ihr habt es gerade gesehen, äh, jede vierte Runde macht, sorgt er ja dafür, dass er, ähm, alle seine Werte um 20% erhöht und, ähm, er gibt unseren Charakteren Licht, Dunkelheit und Wasserschaden. Das bedeutet, Ace hat gerade Licht, Dunkelheit und Wasserschaden gemacht mit seinem Limit und deswegen hat er keinen Schaden gemacht, ja, das müsst ihr bedenken, also jedes Mal, wenn der Gegner diese bösen Geister da aktiviert, also ab 50% jede vierte Runde, ähm, sorgt er dafür, dass, äh, dass er selbst seine Werte um 20% erhöht und, ähm, unsere Charaktere machen dann plötzlich Wasserschaden, Dunkelschaden und, ähm, Lichtschaden für drei Runden. Wir könnten das natürlich wegmachen von uns oder wir warten einfach drei Runden ab, bis es nachgelassen hat, ja, das ist auch eine Option, äh, ich hab, glaube ich, einfach abgewartet hier in dem Fall. Wir könnten aber auch auf uns zum Beispiel Bushido Freiheit aktivieren, um, äh, das wegzumachen von uns, ja, das wäre auch eine Möglichkeit. So, Willei macht immer uneinnehmbar, Rico macht immer Hyper-Null-All oder, ähm, Albat-Trank, je nachdem, was gerade nötig ist. Ace greift wieder an, in dem Fall, ich glaube, es hat mittlerweile nachgelassen. Oder was hab ich gemacht hier? Ja, Triple Jackpot, genau. Weil Triple Jackpot macht magischen Schaden, also das ist, das ist an kein Element gebunden, deswegen können wir damit trotzdem Schaden zufügen, ja. Ja, denn wenn sie uns, wenn sie unsere Attacken mit einem Element versetzt, betrifft das nur Ace's Limit und Joker, aber es betrifft nicht Ace's Triple Jackpot oder andere magische Angriffe. So, ihr seht auch, warum Söldner Ramse hier Sinn macht. Äh, Wilhelm zum Beispiel, wenn er Provoke aktiv hat, also provozieren, dann zieht er sowas wie Verführen auf sich und Stopp zieht er auf sich. Ähm, aber die physischen Angriffe, die starken physischen Angriffe wehrt Söldner Ramse ab und weil Söldner Ramse über 500 Abwehr hat und gleichzeitig, äh, auch noch 50% Schadensreduzierung hat, wenn er sich vor Wilhelm stellt, kriegt er praktisch keinen Schaden, ja, durch die physischen Angriffe. Er kriegt weniger Schaden, als Wilhelm kriegen würde. So, da das Element wieder weg ist, macht Joker auch wieder Schaden, ja, deswegen haben wir hier Joker wieder draufgehauen. 2 x 80.000 habt ihr gerade gesehen, weil ich ja auch die Magieangestkraft von Ace erhöht habe. Äh, dementsprechend hat das ordentlich reingehauen. Gegner verwirrt uns alle, das ist in Ordnung. Dann macht er noch, ähm, Lied der Toten kennt ihr ja schon, weil wir den Gegner, ähm, unter 30% gebracht haben. Die nächste Grenze ist, wenn wir unter 20% gebracht haben, dann wird er nämlich wieder Nebel der, äh, Überzeugung machen und versuchen, Wilhelm zu verführen, oder irgendeinen von uns zu verwirren, äh, zu verführen, meine ich. Aber Wilhelm kann ja provozieren, deswegen müssen wir uns da keine Sorgen machen. Also denkt dran, dass ihr immer bei 70%, bei 40% und bei 20%, ähm, Provozieren aktiviert. Ja, 100% provozieren, damit das, ähm, damit die Verführung auf euren Tank geht. So, zwei Leute sind versteinert. Ja, so, das, ähm, ist es das, ähm, und geht's und und ähm, geht's es ähm, geht's ähm, ähm, So, nebel der Überzeugung bedeutet, Wilhelm wurde wieder, ähm, verführt, weil er ja unter 20, weil wir den Boss ja unter 20% gebracht haben, jetzt gibt es nichts mehr, was wir großartig beachten müssen, außer seine Lebenspunkte, äh, außer seine Statusveränderung, die er immer wieder spammt, ja, jede Runde, ähm, jede dritte Runde macht er tiefer oder großer Tsunami und jede vierte Runde, ähm, sorgt er eben dafür, dass er gebufft ist und wir eben, und er gibt uns eben das Element Wasser, Licht und, ähm, Dunkelheit für unsere physischen Angriffe, ja. Also, kein Problem, ist nur noch eine Frage der Form, eine Formsache, wie wir den Gegner besiegen, aber nicht übermütig werden, wir sorgen trotzdem dafür, dass immer Hyper-Nullall aktiv ist, dass immer Heilung aktiv ist, ja, das ist alles, worauf ihr achten müsst, achtet darauf, dass eure elementaren Resistenzen oben sind, achtet darauf, dass eure, äh, dass eure Heilung regelmäßig aktiv ist, ja, egal auf welche Weise ihr euch heilt, ähm, und achtet darauf, dass ihr euch, dass ihr immer rechtzeitig provozieren aktiviert, immer bei 70, bei 40 und bei 20, so, dass immer euer Tank verführt wird und nicht jemand anderes, zum Beispiel euer Heiler oder so, das wäre sehr, ähm, unpraktisch. So, zum Abschluss habe ich mir gedacht, wir machen, erlauben uns einen kleinen Spaß und ich mache einfach mal Rubin-Glanz, ja, das ist eine kleine Kombo, die ihr machen könnt gegen die Gegner, ihr ruft also Rubin-Glanz und macht Reflekt auf alle eure Charaktere und dann geht ihr entweder auf Ash oder Victoria, äh, aktiviert Blitz-K oder Feu-K auf euch selbst mit Zielen und das prallt dann ab und trifft die Gegner dann fünfmal. Ne, das ist dann nützlich, wenn ihr es zum Beispiel hochgestackt habt, ja, jetzt hat der Gegner gerade fünfmal 31.000 Schaden bekommen, war nicht sonderlich viel, hätte ich ihn vorher entsprechend gebrochen, äh, und Ashs Magieangriffskraft erhöht und Blitz-K hochgestackt, hätte das sehr, sehr viel Schaden gemacht, über 500.000 Schaden oder mehr. Das sind locker möglich damit. So, wir haben den Gegner besiegt, kriegen dafür, äh, ein bisschen Kohle, ordentlich Erfahrungspunkte für unsere Einheiten, leider keine Erfahrungspunkte für unseren Account. Und das war's, wir sind durch, wir haben den ersten der zwölf legendären Gegner besiegt, wir haben die erste der zwölf legendären Waffen bekommen, nämlich Apollos Harfe. Und Apollos Harfe macht Heldenlied und Drachentöter plus, ja, 34 Angeskraft, 110 Magie, 30 Psyche, die Harfe eines alten Gottes, die Harfe hat einen schönen Klang, äh, Toten verzaubert, selbst Feen werden ihre Musik tränen, bla bla, bla, die Harfe, äh, haben sämtliche Baden gehört, und, äh, und so weiter und so fort, könnt ihr euch alles durchlesen, pausieren. Das Besondere ist, Heldenlied ermöglicht eurem Charakter, der die Harfe trägt, alle eure Werte um 40% zu erhöhen, das ist nicht viel, der, euer Charakter singt drei Runden lang, also völlig unnötig, ja, es gibt besseres als 40% Buffs mittlerweile, ähm, ähm, aber Drachentöter plus ist interessant, denn Drachentöter plus erhöht den Schaden, den euer Charakter macht, gegen Drachen um 75%, das betrifft magischen und physischen Schaden. Also, wenn ihr einen Magier habt, der eine Harfe trägt, äh, der macht dann magischen und physischen Schaden, hundert, äh, äh, 75% erhöht, also, eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber Harfen sind Zweihänder, äh, deswegen benutzt man sie kaum. Ja, in meinem Fall könnte Ramsar sie tragen, ähm, ist aber nicht unbedingt notwendig, ich werde hier an der Stelle die Episode beenden, Freunde, lasst meinen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat, wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich alles besser, ansonsten danke ich vielmehr herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allen, was ihr macht, und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy BreathX Videos. Vielen Dank und hoffentlich bis dann, äh, tschüss! Tschüss!